So, meine Damen und Herren, nein, Sie sind hier nicht bei Stefan Raab, sondern bei mir, Künzi. Ich melde mich mal zurück, und zwar mit einer kleinen Runde im GTA San Andreas, so eine sozusagen kleine Cheatrunde, ich habe da nicht mal was vorbereitet, und zwar einen kleinen Freiflug, der endet nicht gut. Das ist ein Wunder. Und ich hoffe, ich komme jetzt noch schnell genug weg. Naja, fast. Dann nehmen wir es doch gleich mit dem Bus hier. Ne, das hier gilt eigentlich sozusagen ein wenig als Infovideo, denn ich hatte ja erstmal gesagt, wegen dem Abitur, dass ich mich erstmal zurückziehe, auch ein bisschen, weil ich nicht mehr so die große Lust hatte auf zocken, kann man sagen. Ist jetzt wieder so, ich habe wieder Lust. Das Einige, was mir halt noch ein bisschen fehlt, ist immer noch so ein bisschen die Zeit, weil das Abitur ist ja noch nicht ganz durch, bis jetzt nur das Schriftliche. Und wir haben hier gerade richtig beschissen Wetter, nur ich wollte heute nur die Cheats benutzen, die ich auch kenne. Auf jeden Fall haue ich so ab und zu jetzt mal nur noch ein Video raus. Also vorerst, für den Fall, dass ich, ich muss leider die Musik mal weg machen, für den Fall, dass ich immer mal wieder vielleicht ein bisschen Erfolge haben sollte, dass wieder wer dazukommt und sich das Ganze anguckt, habe ich sogar mal Facebook und Twitter verlinkt, beziehungsweise bei Facebook eine neue Seite gemacht und bei Twitter, wow, Twitter überhaupt ist mal beigetreten, da muss ich mich überhaupt erstmal überall einfinden. Man kann ja mal aufs Beste hoffen, mache ich auch. Und wir holen uns am besten mal Stress. Das ist immer so langweilig. Wo ich sagen muss, das ist hier gerade mit dem Nebel nicht so geil. Nee, ist es nicht. Oh, oh. Das wird nicht besser. Hm. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, wie überhaupt irgendwas geht. Aber Moment, ich habe noch eine Idee. Ja, passt mal auf. Na komm. Na komm. Also. Der liebe alte Rocketman rettet einem eigentlich immer den Arsch. So. Aha. Ich muss mich überhaupt erstmal wieder... Falscher Knopf. Hm. Daran gewöhnen. Hier zu zocken. Mein PC muss ich da auch erstmal wieder dran. Ich mache mich vom Acker dran gewöhnen. Mit dem ganzen Sprechen. Wieder ein bisschen ins Aufnehmen reinkommen. Ins Schneiden reinkommen besonders. Mal schauen, wie die ganzen Einstellungen jetzt neu sind bei YouTube. Ob ich da drauf achten muss, dass da wieder irgendwelche Sachen sind jetzt. Ähm. Ich bin sozusagen ein bisschen im Rückstand. Aber ich will auf jeden Fall wieder ein bisschen was machen. Weil ich auch die Lust dazu habe. Das heißt, es wird jetzt erstmal unregelmäßig... Unregelmäßig... Ja, ich gehe eher davon nur regelmäßig aus. Ähm. Ein Auto? Hm. Es hieß doch, es gibt ein Auto, das auch einen Berghoch verfolgen würde. Ist das das? Das war doch das, oder nicht? Hm. Okay, auf jeden Fall ist hier ein Auto. Hm. Ja, auf jeden Fall... Äh. Werde ich jetzt mal schauen, wie weit das mit dem Aufnehmen und allem drum und dran klappt. Ob mein PC da soweit mitspielt. Jetzt sehe ich gerade direkt, wer da ich hasse ist. Und wie ich mich denn überhaupt noch schlage mit... Reden und Themen. Dit 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 dit. Das. Iiii. Der war am Brett. Deswegen wollte ich lieber schnell weg. Und Musik aus, sonst habe ich wieder Probleme, obwohl ich jetzt gerade... Oh, oh. Dass mein PC das gerade nicht richtig hinkriegt. Ist kein Wunder, aber... Oh Gott. Das wird ein... Das wird ein kurzer Flug, glaube ich. Also ich habe hier gerade wahnsinnige 14 frames per second. Und das ist nicht viel. Ach, hier bin ich gelandet. Ich glaube, ich mache gerade mal was ganz tolles. Nicht davor fliegen. Nein. Äh, das ist übrigens ein Spielstand, der... extra so ein bisschen fürs Cheaten gemacht wurde. Okay. Eigentlich kann ich fliegen, aber bei dem Wetter ist es immer wieder eine Herausforderung. Ich hätte doch das Auto nehmen sollen. Okay. Moment, ich muss mich jetzt überhaupt wieder zurechtfinden, aber jeder kennt ja diese Straßen. Oh. Oh, nee, 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 nee. Nicht explodieren, nicht explodieren. Oh, verdammt, ich habe hier noch... Ah. Lauf, 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 lauf. Polizei bei mir. Scheiß drauf, ich kann mir eine Gang machen. Ha! Wir hören alle zu mir. Ihr auch. Na los. Ihr seid meine Jungs. Macht alle Bullen fertig. Also, äh, jetzt bitte nur alles im Spiel sehen, ja? Ich, äh, unterstütze keine Gang-Kämpfe. Schweige denn, irgendwelche Kämpfe. Verständlicherweise. Aber dafür gibt es ja GTA. Au, 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 au. Na los. Das sah auch stark aus. Hm. Funktioniert doch eigentlich einfach frei. Der hier ist noch da, und der da ist noch da. Und da, da, da. Okay, ich gehe hier lieber rein. Drei Sterne, das wird eh nix. Ich wollte ja eigentlich nur dafür sorgen... Ich entschuldige mich noch, ich bin ein wenig karank. Also jedenfalls habe ich so gerade so einen Hustenreiz. Und ich glaube, das Video kann man gleich soweit erstmal wieder beenden. So, alles wieder gut. Alles toll. Ja. So. Sind die jetzt alle weg, äh, gehören jetzt nicht mehr zu mir? Oder gehören die noch zu mir? Hm, scheinbar gehören sie noch zu mir. Das kann man ändern. Wir haben ja unser liebes Auto und können damit dann einfach gleich wegfahren, ohne dass die bei mir da bleiben. Und fahren nochmal eine Runde durch die Straßen. Was könnte man denn noch zeigen? Ach ja. Apropos Straßen. Fliegen wollen wir doch einfach mal wieder drüber. Apropos, in dem neuen GTA 5 ist ja, spielt ja hier San Andreas drum und dran. Und die Grove Street hat ja auch ihren kleinen Auftritt da. Beziehungsweise, also es gibt eine und ich glaube, da spielt auch eine Mission. Müsste eigentlich, ja. Und das, also das fand ich echt cool, dass, dass nochmal sozusagen sowas da reingebracht wurde. Ich glaube, GTA 5 ist auch nochmal ein Thema, worüber ich, ich glaube, ich kann so ein paar Commentaries mit Sicherheit mal machen. Ich denke mal, die werden jetzt für den Anfang, bevor ich dann wieder richtig, äh, anfangen werde zu zocken, was hoffentlich geschehen wird. Wenn mir die Möglichkeit gelassen wird, dann, äh, kann ich jetzt erstmal Commentaries machen. Und später dann vielleicht ab Mitte diesen Jahres, ja, Mitte diesen Jahres sollte eigentlich dann möglich sein, für mich persönlich ein bisschen mehr machen zu können. Ist hier jetzt wieder Wind oder kommt mir das, ne, ich bin einfach nur so blöd zum Fliegen heute. Okay. Ich wollte einfach nochmal fünf Sterne haben. Ich, bisschen ausweichen üben. Oh, 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 nein. Ah, da weiß ich auch noch einen. Hey, so, yum. Puh, oh ne, warte. Ah, verdammt, wie gehen wir denn nochmal? Oh. Das funktioniert nicht so gut, wie ich dachte. Warte, wie geht das denn? Hey, so, yum. Ha, wusste ich doch. ein paar Cheats kenne ich immer noch, obwohl ich auch schon sehr lange nicht mehr gespielt habe und da geht die Frame herunter das ist immer bei mir so in den Wolken mein PC ist ja wie ihr wisst nicht der Beste deswegen fliegen wir mal ein bisschen tiefer ja, ist doch schon wesentlich besser da unten tauchen sie wieder auf alle Kunstflug da 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 kann ich so schnell schießen, wie ich mir gerade erträumt hatte zack oh ja ok, wer sowas macht das auch nicht mehr ganz dicht in der Birne oh ich brauche schon gerade gar nichts sagen, weil es interessant genug ist ich will ja nicht sagen, aber es fordert hier schon ein bisschen Konzentration und das merkt man vielleicht auch wir landen jetzt erstmal einfach auf dem Flughafen und dann sollte das wieder reichen im Moment habe ich mich jetzt mal wieder gemeldet kann wieder sagen, es kann wieder aufwärts gehen mit dem Jumpjet hier sowieso so jetzt landen wir mal noch vernünftig ha ja ach komm das wird wohl schon reichen gut soviel erstmal zu meinem Plan ich werde jetzt erstmal ein paar Commentaries machen bis ich dann Mitte des Jahres wahrscheinlich wieder richtig reinhauen kann mit Videos produzieren und zocken und bla 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 vielleicht kann ich mir dann auch wenn ich dann noch weiter Geld verdiene mir einen PC zu legen einen neuen dann funktioniert das auch besser mit dem Aufnehmen und ich sage erstmal bis denn ich freue mich schon wieder drauf mich ein bisschen auslassen zu können hier und ja bis an ciao ciao